Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Backroom-Rechnen-Folge. Entweder haben wir die Backrooms erlifft, abgeschlossen, oder ich stand nur auf Karum. Mit Karum. Jetzt schaffe ich das. Jetzt doch mal neu, von vorne. Full-Game-Fortnite, die Backrooms, jetzt erhältlich. Ist nur ein kleines, neben Let's Play-Projekt. Kann man nur so ja machen, ne? Ganz klein. Vor allem ein ganz kleines Let's Play-Projekt. Und danach kommt wieder so ein großes, kleines Projekt, namens Mass Effect. Aber ich dachte, ein Alien-Shooter ist auch mal wieder geil, oder? Und danach... Höchstens, wenn es bis 18 Uhr geht, dann... Ja, ich würde mal sagen, machen wir noch ein bisschen, wie ich und Kavo machen. Dann lassen wir noch mal Schnitt zu Ende und dann gehe ich erstmal... Mal eine Pause. Ihr seht das Video wahrscheinlich irgendwann mal anders, oder? Und davor kommen ja noch die anderen Parts. Kawum. Hallo? 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 Geiles Internet! Ja? Wo bist du? Mein Internet ist kurz gequerscht. Ey, wie oft müssen wir das jetzt? Neu! Ja, ja, ich bin drin. Okay. Da bist du, da bist du. Ich muss mal kurz sehen, die Sprachstelle deaktivieren nochmal neu. Es sei denn, du hörst mich grad. Hallo? Da, da, ich hör dich, ich hör dich, ich hör dich. Jetzt, ist gut, okay. Jetzt, bist du bereit? Auf einmal war mein Internet kurz weg und dann ist es wieder da. Bist du bereit? Yep. Okay. Let's go. So. Folgt dem Kawum. Äh, scheiße, wo war's nochmal? Ich geh auch irgendwo rechts. Ich hoffe. Grinse-Katzel. Ich hab der Jumpscare da rechts in die Leiter, die sollte man ignorieren. Ich glaub, würdest du jetzt von der Seite kommen und die Grinse-Katzel nicht sehen? Ich glaub, dann würde man wirklich sich gut erschrecken, ne? Und, wo ist meine Gesundheit? Wo ist mein Leben? Hallo? Leckerwurm. Ja. Ich hab einfach keine Leben da unten in der Ecke bei mir. Warte, ich halt dich mal. Ich hab nur das Sprintzymbol, ne? Ich seh oben ganz klein meine Leben und seh ich gar nichts. Fortnite. Mit Problemen in the Backrooms. Ja, Mann. So, wo war das nochmal? Ich hab ja vergessen, wo das war. Scheiße. Oder war das hier? Wo war das hier? Ich hab keine Ahnung, wo du das gefunden hast. Ah, hier ist diese komische Tür. Hey, ich hab schon wieder geiles Internet. Boah, Alter, fuck mich das ab. Meine Güte, verfickte Scheiße, nochmal eins. Wenn es dunkel ist, dann... Hallo? Ja, hallo. Boah, endlich mal mal. Dieser Scheißrote X kann sich jetzt mal verpissen. Ja, guck mal, ich hab ja noch mal verpissen. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Mama mia. Hier, Uhr gehen. Let's go, und... Turn on. Denk, war medikit? Es soll ich mir me-er-edikit. ich mache hier unten den generatoren und ich will hier hinten das medikett natürlich habe ich hier auch keine slots geil alles weg bei dir direkt das richtige gefunden ja rein zufällig ich habe keine sonst ich habe keine leben ich habe nur ausdauer ja schaffst du schon und tode gott ich steve morgen im kino popcorn ich glaube popcorn müssen wir mal gleich ich glaube ich nachher und gucken um 20 uhr oder viel popcorn kostet wo war ich hier doch der ausgang so müssen wir das gleich ein bevor wir losgehen ich kann jetzt raus hier sind die treppen jetzt wird treppen rein zu finden ist irgendwie nur gefühlt du auch her stimmt ja ist aber schon level 90 was und jetzt kommen wir wieder hier rein schon wieder hier hey frozen banana ich glaube du musst vor ok level up fürs rutschen level up eigentlich müssten wir ja nicht sprinten kurz ne ja es ist doch schneller ist doch speedrun any person was für any person mr l will was von dir komp server nein ich mein tode tode was ich wechselt die und set die die ich habe dir nichts getan ich habe nicht mal ge ich habe nicht mal leben verloren er kann mir gar nichts ich will und sterblich um sterblichkeit in den bergrooms ich habe dich gerade wortwörtlich von anfang gefunden wieder im kreis meine fresse schmeißt mit bällen also das ist ja aber nicht so nett hier hier bei diesen dings bei diesen level weiß ich immer noch nicht so genau den weg das ist gefühlt ich hab immer so random so ich hab's ok es sind gefühlt ein weg warte mal ok ich hab's auswendig gelernt ja ok ich hab ein red light ich hab ein red light ja ich hab das ja ich hab das ja ich lauf grad zur tür gut mach das ok hier ja ne hier stimmt hier ja ja ich renne zur tür direkter wo du bedrückt hast na stand direkt in einem roten licht drin perfekt ist gerade aus gerade aus war das hier natürlich hab ich grad jetzt kann ich dieses level ja auch auswendig letztlich wenn man gerade wo wird ich verliere einfach keine leben da oben ich hab nicht mal ein kleines leben mehr verloren ne bis jetzt oh nein hier ist jetzt wieder der zombie der vor uns gespawnt ist und raus hier nächstes level lass mal kurz hier ins gefängnis gehen und dann kurz die sachen da ein mitnehmen ja du kannst da Sachen einsammeln hä ich konnte grad das ey was ist das ach ne du schon wieder es laggt oh gott wie es laggt oh gott wie es laggt wieso muss das eigentlich immer bei mir anfangen zu laggen was ist das für ne scheiße gut ich hab hier schalter gemacht machst du den generator oder jep dann kannst du mal kurz bitte ein gefallen tun nimm diesen kackzombie weg äh schneller du schaffst das ich verliere immer noch keine leben was ist denn hier los warum sind die kabel so lang du schaffst das ich stehe hier beim fahrstuhl das kann ein bisschen dauern sag mir du es geschafft hast ok müsste jetzt kommen zack boom so speedrun digger zu krass jetzt wieder warten musik brauchen wir immer hier ne fahrstuhl ich hab mich umgefahren oh gott ich mach grad musik ja jetzt kommt doch das fenster gehäuse ja ich kann mich die bewegen und jetzt kommt das ganze wasser jetzt muss man hier die ganze zeit hin und her laufen ok hier war der erste jumpscare jetzt wird in deine richtung laufen kommt gleich wieder so ein jumpscare dann kommt der wiener ein jumpscare dann kommt der wiener ein jumpscare und dann irgendwann haben wir es geschafft jetzt wo war nochmal das mit den ganzen wasserkanister keine ahnung ja das geile ist beim wasserkanistern so wenn man davon getrunken hat kann man so einmal kurz warten und dann kann man wieder trinken kann man richtig viel fahren jetzt war hier der jumpscare jetzt kommt die kamera nach oben jetzt kommt die richtung ja bei die war das aber kommt mit der kamera nicht bei mir das ist immer bei mir jetzt sind hier die ganzen wasserdinge rein zufrieden habe ich nur ne kohleautomaten angefassen ist das passiert jetzt hier dieses geht zwar das zimmer noch da ist weg wie geil das liegen wir auch immer also trinken ich liebe das immer wenn es so heftig lag ich liebe das immer das ist ja super ich bin ein fan von roten ixen jetzt sind hier die fenster jetzt da lang glaube ich was hier war denn irgendwas mit den kohleautomaten ne 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 5 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 13 15 15 16 16 16 15 21 16 20 20 Dumpda-dump. das ist irgendwie so blöd da musst du jetzt hin und her laufen und blöd nein nein ja hier war das glaube ich ja hier ist man diesen raum oh nein jetzt warten wir einfach jetzt müssen wir einfach warten was ein spaß oh nein jetzt ist alles rot ja du bist eine verdreckte eisbanane das ist so ekelhaft gebracht ich kenne das jetzt auswendig ja außer uns einer bleibt lieber oben oder du bist schon mal zum fahrstuhl wo war denn nochmal suchen ich weiß auch nicht mehr genau wo hier geht es runter weiß nicht hier war die tür ich glaube das war da wo diese metalltreppen der runden geführt haben natürlich sind die hallo wie geht es kommt hier bei mir ein jumpscare wenn ich die treppen hochgehe und jetzt kann ich den generator an machen ich bin die treppen hochgehe trinken trinken aua generator an keine weite dauern muss gerade erstmal den fahrstuhl suchen ok ja ok hier ist die treppe nach unten hier ist der fahrstuhl ok natürlich tauchen beide hier auf ja das passiert so du musst in den fahrstuhl rein springen ja ich weiß und drin lets gooo und jetzt fahr mal wieder mit ne fahrstuhl nach unten hehehe so ein speedrun gerade aber die sind grab besser als das erste immer hey level 60 bin ich hey wir beide schaffen es heute einfach auf level 100 wahrscheinlich ne ich habe den ersten tag speedrun machen auf der stelle stehst ja ich halte nicht mal was fest jetzt bewege ich mich bewegt mich aber ganz schön langsamer oh wir sind da oh ne gleich kommt das eislevel das war hier noch mal das war doch das was du wo du hier so eine tür riesen tiefen machen muss das ist das wäre das weiß ich auch nicht mehr so gut waren trepp da und vor to go home nicht vergessen nach hause zu werden werde ich nicht vergessen ich habe den hebel komm ich habe die tür geöffnet ja von da kam ich kann das was man immer am wenigsten erhofft ist hinter die tür zu gehen das heißt so gesagt hat man auch irgendwo was anderes noch geöffnet da war das hier ja ich habe es gefunden und gleich kommt dieses schnee level ok ich glaube jetzt müsste es gleich kommen ich kann es auswendig entspannen da muss man einfach irgendwo in eine richtung gehen das ist das einzige wo ich gar nichts sehe ich gehe jetzt aber mal die treppe hoch ich sehe gar nichts das ist irgendwie so ein gang wo man lang gehen muss auf jeden fall und da sieht man auch nichts und das ist noch kein abzweigen muss einfach einen gang lang gehen bist du hoch gegangen? ja ist hier irgendwo eine dreckstür ich sehe gar nichts kannst du bitte kurz warten? hier muss man eh nur durch die kinder gehen jetzt geht es hier eine treppe runter hier werden schon wieder kinder misshandelt ich höre schon wieder diese kinderschreie kinder misshandelt ich wusste dass fortner kinder misshandelt aber nicht so heftig dachte ich das ding ist ich sehe nur die wand wenn man ganz nah rangeht sonst sehe ich eigentlich gar nichts oder ich bin wie hier blind wie blind hier drin in den bergbums ist man blind hast du hast einen ausgang? oh nein das kommt zum text hier muss man einfach ganz weg gehen follow the sound ah stimmt das kommt zum geräusch ah deswegen kam dann der fette zombie hier ist es bei mir ein fetter zombie jetzt komm ich hier was dann jup hier ist jetzt schmaler der gang hier ist so ne treppe ey wofür ich bin so verwirrt grade jetzt hier wieder treppen runter ja oh hi aua ach ja ich hab keine items mehr warum ja die haben wir verloren und jetzt zack oh du hast meinen Arsch noch gerellt jetzt kommt das das wasserlevel das kennst du noch nicht ok hier müssen wir rumschwimmen und hier so räder finden damit wir das wasser ausschalten können geht das wasser immer weiter hoch oder? nein das geht runter wenn wir so alle so drehen dann können wir so aus du geh mal einen anderen gang oder so ich geh mal hier rein ich geh hier rein ich weiß noch so ein bisschen auswendig war nicht ganz ok einen hab ich das ja ich bei mir war nichts warte ich hole dann ich hole dann zwei die zwei ja die ja ich hole zwei kenn ich da sehr gut ach da unten ist die treppe oh gott ey du geh mal hier rechts irgendwo rein ich kenne hier zwei auf der seite ach hier kannst du tauchen und verlierst du eigentlich immer noch leben auch wenn wir hier sind ich will hier noch leben aber schnell sein so jetzt hier musst du ein Parcours Sprung machen und hopp so jetzt habe ich das aber tauchen hier wo du tauchen kannst Ignorier das tauchen wirklich das ist nichts unter was ich sehe aber wie du heftig du tauchst gerade ich versuche hier das ist halt schnell ist man dann halt das muss ich ach hier ist ein Matkit wo sie ich weiß nicht genau die der rest ja hier kommt auf da ist eins und dann noch eins in den engen gang ist da noch eins das weiß ich ja da oben ja ich dir auch noch einen eingang in den gang wahrscheinlich da wo es runter geht in der mitte vielleicht war es hier kann auch sein ich kann es bei dir ich kann gerade einfach unter wasser im vollschirm sitzen ne was was erstmal unter wasser im vollschirm ich komme hier oh hier 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 das dort alles sind 20 Uhr können wir ja noch weitermachen oder ja ich glaube ich habe jetzt das letzte Rad ja ja und jetzt in die mitte gehen ok ich gehe mitte ich kann das bei mir irgendwie das bei mir oder bei dir ist irgendwo da eine Treppe bei dir die nach unten geht ja ich sink da gerade mit dem wasser runter ja da muss man runter es dauert richtig lange ich muss ich bin gerade ins wasser gesprungen ich schwöre ich gehe gerade ich habe einen wasserfahrstuhl mycraft jetzt muss ich hier durch den gang gehen ey jetzt hier dann naja hier hallo komm runter Fahrstuhl komm in den Fahrstuhl jetzt warten das ist immer so langweilig und du so jo halt mal ich mal was trinken ne oh guten Durst Mann wievielte Etage sind wir schon so jetzt sollte das hier enden und hier ist eine Tür und die gebt euch auf rein zufällig hat man sowas immer in einem Backroom ne und jetzt kommt und jetzt hier einfach die ganze Zeit links am Rand komm links am Rand geht man hier jetzt so fünf Minuten glaube ich und dann hat man es geschafft immer links das habe ich mir gemeldet ich bleibe mal in deiner Nähe damit ich wenigstens genau weiß wo ich hier muss ja eh noch ein Level auf hier war konnte man da durch ich glaube nicht ich hoffe auf jeden Fall nicht oder warte 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 ich ich kann ne ich kaum nicht ich sehe die blaue Banane das ist eigentlich mega langweilig das Level schon da muss einfach ganz längs gehen jetzt kommen so Geräusche Feermäuse wir kommen aus den Backrooms wir kommen aus den Backrooms ah ne jetzt gehts wieder zurück glaube ich sind wir irgendwo an dem Weg vorbeigelaufen rein zufällig oder ne das ist richtig das hatte ich auch so dann muss ich wieder so ein bisschen zurück gehen aber einfach immer links an der Wand lang gehen dann hat man es so easy jetzt kommen noch mehr Geräusche Outlast komm ich links auch schon hier zurück ich habe mal eine Frage wo sind wir hier keine Ahnung ich gehe einfach links das soll hier runterrutschen jetzt ist man hier ich weiß wo das Schlüssel ist ich weiß in welchem Haus wenn das immer gleich bleibt Moment mal sind wir draußen? ja du kannst ja da wo ich hingucke das Haus reingehen da kannst du so Sachen holen und so in diesem ja ich glaube das das sollte auf sein ist das auf? ja ich sehe gar nichts ja das ist sehr dunkel aber da kannst du da ist eine Küche und da kannst du Sachen holen ich gehe jetzt in das auf äh wo bin ich? ist so dunkel im Haus aber ja ja warum wusste ich das? machen ich sie sonst gar nichts ja ich trau mir das in Sachen ein Moin das sollte wirklich immer die gleiche neue Sache die ich bin oben ich bin oben und ich habe einen Schlüssel ey ich bin im Badezimmer und habe Medikit gefunden ja das Haus hat keine Küche ne ein Haus ohne Küche ein Haus ohne Küche jetzt kann ich schon jetzt habe ich die Schlüssel gefunden jetzt gehen wir jetzt zum Auto gehen da rein und dann willst du plötzlich alles rot Zombies werden kommen wir müssen auf die andere Seite laufen wait wir haben hier noch was zum sammeln ok bist du bereit zu rennen? äh ja ok 3 2 1 rennen renne folg mir aah oh gott da ist ein Fettsäcke renne wie viele sind denns? wie viele? oh gott einfach geradeaus immer zu viele zu viele Fettsäcke oha noch mehr Fettsäcke oh gott ein Fettsäcke jagt dich also acht Fettsäcke sind hinter mir oh haben wir es geschafft? ist mir hier und da ist das Level wo wir geradeaus gehen oh geradeaus und hier ist ein Medikit und ein kleiner Twink oh wo bist du? na da das Level ist so langweilig pass auf der vorne ist die Grinsekatze oh nein das ist weg oh nein oh nein die Grinsekatze hat uns angegrinst oh nein was noch mehr tu? das Level ist wirklich echt das lange weißt du man rennt aber nur in eine Richtung das ist einfach dieses von Roblox da was ihr gespielt habt mit Mr. L mit diesen langen Flur also bevor der spannt wurde weißt du? der erste war ja total langweilig ja und im zweiten Video wurde es auf einmal krass mit diesen riesen roten Flur wo auf einmal euch ein Viech gejagt habt das war dann krass da hinten ist die Grinsekatze oder? das bist du? hi wie gehts? da war wieder eine Wand oh das ist ja nicht so gut werde diesmal da wieder eine Wand erscheinen ja oh da ist wieder eine Wand umdrehen also das habe ich auf jeden Fall gemacht und ich habe es geschafft weißt du was das witzige gerade ist? was? die Zoll sind gerade verschwunden bei mir auch wo bin ich? ich weiß ja dass du es ist pechschwarz ich sehe gar nichts mehr oh wo war das? wo bist du? du bist da hast du dich schon teleportiert? nein ja wo wo sind sie? ich bin ja im pechschwarzen Raum gefangen ich sehe nichts kannst du es bitte endlich zu Ende machen? ja ich versuche oh und ich habe es geschafft oh Gott ich habe es geschafft und jetzt ich weiß genau welche Richtung wir gehen müssen voll knappe ich habe das direkt bekommen die Richtung aus irgendeinem Grund ich habe auch geraten boah alter ist das krass sollen wir gleich noch eine Runde normal spielen? um denen jetzt endlich mal wortwörtlich den Sieg zu erschenken wenigstens das ist krass dann ja obzache ich war das die dann ich hoffe mal da hinten leuchtet was rot das ist ein Zaun hier ja ja hier das die Richtung du bekommst den Schuss ab ich aber nicht irgendwo ist ein Loch im Zaun das weiß ich weil wir gehen mal andere Richtung guck ob da irgendwo doch ein Zaun ist ich weiß nicht irgendwo waren doch ein Zaun die Richtung oder die andere natürlich jagen mich jetzt schon wieder beide Auuuutsch Auuuutsch ich guck was bei dir eigentlich ja ja hier beim Anlag war also auch nichts ich lauf gerade am Zaun lang ne ja ich auch das ist ein verdammt großer Zaun ich weiß irgendwo war ein Loch das weiß ich ok das war deine Richtung ich laufe sehr weit nach vorne ah so viel so viel Blatt boah alter jede App die ich mir bis jetzt geholt habe wie TikTok Snapchat oder so ey das ist ein nervig ich weiß nicht entweder bin ich gerade ein Loch vorbeigelaufen oder es sieht alles das genau gleiche aus das war doch woanders ey wo bist du ich hab mich schon wieder verlaufen AAH er ist immer noch hinter mir AAH das 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 letzte mal wo ich es gemacht habe hab ich es direkt bekommen ey ich hab ich hab vergessen was wo ich hier genau dann bin das sind einfach keine Bergfußes das ist einfach so finden und natürlich das ist es halt einfach irgendwie am Zaun dann laufen irgendwann findest du es schon AAH ich lauf grad so ne Viertelstunde am Zaun und natürlich ist irgendwo vor mir noch ein Zombie gespawnt geil ey ich weiß nicht wie lange wie lange bin ich schon in Getreide gefangen ich komm hier nicht mehr raus da war das woanders ich weiß irgendwie also da war ein Loch im Zaun AAH hast du es es war kein Loch und wir haben es geschafft es war kein Loch echt was war das es war ein ganz es war einfach nur ein Tor ok ja das war es auf jeden Fall mit deinem Level warte mal was ist denn hier drin aha guck mal hier sind die anderen Level 3 3 4 5 das heißt warte mal mal ich werde jetzt gerne wissen was ganz vorne ist das sind 10 Level und hier sind die Monster wie die heißen das ist BER carte wat ist das M Dynamic Und der clump wahrscheinlich war der clump und und der titular von 1 zombie gespielt ok leute das was mit dem speedbahn in dem ersten deckung oder wahrscheinlich auch für immer denn sehen wir uns wahrscheinlich immer wieder oder haut rein bis zum nächsten mal und tschüss